Musik Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem heutigen Konzert, das alljährlich eigentlich die Kinder- und Jugendwochen abschließt. Und es ist schon Tradition geworden. Warum sind seine Instrumente unterschiedlich groß? Also meine Instrumente sind unterschiedlich groß, damit ich ganz viele verschiedene Töne spielen kann. Und zwar ist die kleine Töne, die kann ganz, ganz hoch spielen. Die kleine Töne, die kann ganz tief spielen. Wir gehen Lilly und Töne, Tim. Kannst du das auch, Marlene? Kann man ohne Mundstück spielen? Geht auch, klingt nur nicht so schön. Das wäre ungefähr, ich probiere es mal auf der. Klingt dann wie Schlauch-Trompete so ein bisschen. Also eure klingt besser. Das ist jetzt das größte Instrument hier, das Cello. Nicht ganz, also der Kontrabass ist noch größer. Wie entstehen die Töne aus dem Klavier? Ja, das ist auch eine gute Frage. Vor allem, wenn wir auch noch das Cembalo mit einbeziehen. Im Cembalo werden die Seiten angezupft. Deswegen hört sich das so an. Und beim Klavier werden die Seiten angeschlagen. Das ist also ein Schlaginstrument sozusagen. Und das hört sich deswegen ganz anders an. Einen riesigen Applaus für die Töne und Töne. Einen riesigen Applaus für die Töne und Töne.